hallo leute ich zeige euch heute wie ihr ein manuelles backup erstellen könnt um zum beispiel bevor er einen controller aktualisiert dies einmal zu sichern wir gehen einmal auf zahnrad das ist jetzt die neue oberfläche die jetzt primär auch von mir genutzt wird war in der alten oberfläche fast nichts mehr funktioniert genommen auf system hier könnt ihr auch die sprache ändern müsst ihr gucken in dem fall ist es erstmal die hier und wir möchten gerne in backups rein wir möchten gerne einmal genau hier sieht man auto backup ist aktiv das heißt manuell an sich macht ihr auch gar kein backup mehr sondern es würde jetzt in dem fall das von heute runtergeladen werden seht ihr oben auch schon das heißt wir gehen einmal auf weil wir würden ein auto backup haken rausnehmen und dann müssten wir im normalfall immer auf download und würden einmal hier zum beispiel sieben tage auswählen download und dann würde er jetzt ein neues backup machen so ihr seht schon er hat eine unf datei erstellt die wird dann benötigt um zum beispiel einen neuen unify controller wieder herzustellen oder wenn ihr den vorhandenen kaputt gemacht habt oder wenn irgendwas fehlerhaftes oder neues zeichnen muss könnt ihr diese datei dann benutzen steinmäßig könnt ihr natürlich auch einstellen wann er das machen soll ich habe immer eingestellt erstmal nur sieben stück und alle 30 tage löschen und immer um 12 uhr täglich deswegen könnt ihr wenn ihr auf download geht auch die einzelnen angezeigt bekommen ja das war schon gewesen bei fragen und in kommentaren für einen daumen hoch würde mich auch freuen dankeschön dann geht's müde